oh nein ja schon wieder wo ist der wölfe greifen an my lord ich sehe noch nicht ich habe nur gehört ich sehe noch nicht salzsäure salzsäure das auto auch herkommt kann sein da kommt ja genau beim auto stimmt so da sollen wir mal eben jetzt koch doch erstmal zu ende oder nein bis dieser zeit es geht ja fix ok sollen wir durch ich höre einen cloaker wahrscheinlich hinterm auto oder so ok ich werde mal drum rum alles klar also fahr karon passt auf deine rüstung auf wir können zurück alles klar da kommt gerade ein dauser ins haus ja 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 und zwar einer der schwarzen dauser ok er steht ja 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 ach so bei mir steht ja immer noch trauen wir euch. Und schon der nächste Polizei-Vorsprung ist. Oh. Wir haben ja auch keine Ruhe, ne. Da will man kochen und dann so was. Ja, immer beim Essen gestört. Und ständig klingelt die Polizei. Okay, in der Südkneise. Die Polizisten versalzen die Suppe. Okay, heute die letzte. Ja, ich hab schon mit Klorus schon weitergehen. Ja. Ja. So, dann sind wir diese Runde auch durch. Ach, der Baron hat sich ja die Zutat eingeladen. Ja. Ich wusste halt nicht, wo sie ist. Ich weiß doch jetzt, wo sie ist. Aber ich guck mal. Was war das denn gerade? Können wir die nächste Dinge rufen? Ja, ja. Ja. Ich wollte gerade einen markieren. Hab dann halt Hands-Up gerufen stattdessen. Und auf einmal, äh, die waren alle irgendwo auf was anderes fixiert. Und dann haben sie sich, nachdem ich das gerufen habe, direkt auf mich konzentriert. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, nehmen wir jetzt eine Granate. Entschuldigung. Ja. Wer kocht jetzt? Baron? Ja, mach ich. Ja, ich such gerade die, ähm, verschwundene Zutat. Ach so. Ja, Baron. Möchtest du mal gucken, wo die ist? Sag's mir einfach. Im Keller zwischen den zwei Kühlschränken eingeklemmt. Hm. Ich hab Salzsäure. Äh, ich, äh, hab's nicht. Ich hab's gar nicht mitbekommen. Und versteck mich im Keller. Äh, Salzsäure bei mir. Salzsäure. Salzsäure. Okay, warte noch mal. Na toll. Salzsäure. Ich musste, äh, sag bei mir nichts. Adi. Bei mir war Salzsäure. Bei mir war gerade Estatron. Warte, jetzt. Salzsäure. Salzsäure, Salzsäure. Ja, Salzsäure. Ja, Salzsäure. Wir haben nicht mehr ganz so viel Munition, hm? Ne. Ne. Wir können übrigens auch wieder Mafic drinnen. Ja, aber es liegt zu blöd. Ja, aber die stehen gerade da hinten. Bei mir stehen da sehr, sehr viele. Ja, bei mir auch. Und die stehen da unten von hinten gekloakert. Da jetzt runter rennt, werde ich jetzt kaufen. Der liegt direkt in der Tür hier. Warte. Ne, halt. Baron, die nächste Zustand. Sofort. Salzsäure. Von irgendwo, ich seh mich. Ja, der Kekker ist weg. Ne, bei mir ist es. Der Klok war übrigens noch am Leben. Ich verstehe den nicht. Er sagt jetzt. Moment. Etznautron. Etznautron. Okay, also Etznautron. Ja. Ja. Dann liegt eine Tasche neben dem Polizeibeamten. Das ist die Zutatentasche. Ah. Das ist die Zutatentasche. Das ist jetzt gebracht. Okay. Klar, was ist das hier? Ja, ja. Von mir hat der Elterntron. Ja, das ist auch Klorwasserstoff. War hier das letzte. War hier so ein Schild. Boah, was ist so? Wieso mal von mir weggehen, ne? Blöde. Keine Ahnung. Ich denke, allzu viel mehr werden wir nicht machen können, oder? Nee. Ich würde das nächste Mal auch ein bisschen mehr wegbringen, wenn es geht. Ah, ich kann nicht. Ah, Vakia. Ich treffe den Sniperleiter nicht. Ich hab ihn. Wo soll er denn stehen? Oh, Flash hier oben. Wie hat ihr mich erwischt? Ich war auf der Treppe. Ah. Äh. Jeden Polizisten den Klink erschießt, der ist bei mir immer noch da und kann mich blocken. Das ist natürlich blöd. Allerdings. Ah. Wenn man mal sehen würde, wie die Straße vor mir aussieht. Klorwasserstoff? Klorwasserstoff. 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 Ger legendär ausgerustet. Ah. Ich kann. Ok, mach du. Ich will grad noch nichts. Nur Wasserstoff. Oh, ner. Oh! Oh, ist das nervig. Ja. Oh, irgendwie scheint Steamhole Overlay in PD2 bei mir echt baback zu sein, weil ich kann irgendwie in den Mühen nüßlich hin und her schalten. Ja, aber die Pause ist vorbei. Jetzt hab ich auch Ed's Nahtron. Wo kommt denn der Typ mit dem Auto? Er sollte endlich mal abholen. Und die ist mal besser parken. Quatsch, der ist im Gehpunkt das ist, das war super sicher für ihn. Nur Fälliger könnte ja kaum sein. Oh no, Captain! Was, wieder ein Captain? Nein, die Schilde von ihm, die haben wir halt nicht gekillt. Ach so. Okay, eine Minute. Na ja. Nice. Ich grübel mal die Unto und mir kaputt. Ja, sag doch schon mal wohin du willst, dann könnt ihr mir ja vorlaufen. Ich glaub, der kommt immer auf die Straße, oder? Ja, aber wo? Ja, aber wo? Ja. Ah, ist schon mal fertig. Freude ist einfach direkt auf dem Rücken, ne? Ja. Ja, ich auch. Ich geh schon mal runter. Hm. 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 Was ist das denn jetzt? Wahnsinn. Klingt, pass auf, wo du stehst, ne? Ja. Er ist wohl nicht da, oder? Nee. Da ist er. Oh, ein Scharftlitz hat mich erwischt. Gibt zwar noch, aber es ist... Ich schmeiß euch das Merv runter. Ja. Habt ihr? Eins hab ich. Falsch wurde getasert. Ich werde von irgendwo getasert. Ich kann nicht weiter. Hab ihn. Okay. 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 Kochen wir grad noch eine? Kocht grad nichts. Ich hab's gesehen. Also, ich würde gleich kochen. Wenn man mir sagt was. Dann hast du die Tasche. Einer ist hier oben noch. Aber wir haben keine Munition mehr. Ja. Ich würde sagen wir noch am Schluss. Lass mal abgeben. Ja. Okay. Dann alle abgeben. Okay. Ich bleib dann direkt am Schlusswagen, gell? Ja, ich auch. Hast du alle Tassen? Ich hab nix mehr dabei gehabt. Ich hab noch eine. Dann komm. Kink, kommst du? Ja, ich komm. Bin drin. Okay. Ich bin vorne. Na. Ah. Juhu. Voller Erfolg. Ja. Läuft. Ja. Na ist ganz ordentlich. Mhm. So. 15 Millionen aufm Aufschau. Ja. Das ist schon mal sehr gut. Und zwei Coin. Ich hab nur einen Coin gekriegt. 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 Wofür auch immer man die Coins bekommt. Ist doch egal. Ja, dann äh, gehen wir nochmal weiter zu den Karten, oder? Ja. Na, was kriegen wir denn heute schön? Ist wieder ein Waffenmod? Oh Gott. Nicht erst zwölfmal? Nein. Die Farben. Wow. Abwechslung. Das ist ein Monica. Uh. Das ist Scary Monica. Oh, bei mir ist es spannend. Es passiert nichts. Oh, ich krieg noch mehr Geld. 20.000. 20.000. Wow. Das macht einen guten Eindruck bei den 15 Millionen, die du gerade bekommen hast. Ja, das ist... Du bist ja schon länger dabei. Hat das irgendwann mal einen Wert? Nein. Das Geld? Nein. Das ist eigentlich nur ein Mittelfinger. Sehr gut, dann habe ich... Ich glaube bei der ersten Mission, die man spielt, ja. Na gut, dann... Ja. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Oh ja, das wollte ich auch sagen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.